Ja, guten Morgen Deutschland! Ich muss euch schon mal vorwarnen, das wird ein sehr, sehr langes Video. Also ihr braucht heute Morgen wirklich sehr viel Sitzfleisch, weil ich muss diese ganzen Meldungen des gestrigen Tages ja schließlich für euch einmal aufbereitet rüberbringen. Wir fangen an ganz schnell der ganze Bundesregierungszeitenwende. Klimakleber, Volker, Tross ist nach New York geflogen, weil da gab es ja gestern die UNO-Versammlung, da sollten ja dann die großen Bosse alle auflaufen. Und unser Boss, der Kamex-Kanzler, war natürlich auch dran und hat eine fulminante Rede gehalten bei der UN. Ja, liebe Leute, das sah dann ungefähr so aus wie hier auf dem Platz. Kurz nach dem Senegal hat er gesprochen, ein paar Leute waren noch da, irgendwie haben ihm ganz viele Leute zugehört. Und ungefähr genauso viele Leute waren dann anschließend auf der internationalen Pressekonferenz, die von den Staatssekretärinnen ausgeführt wurde. Übrigens auch in einem wunderbaren Englisch, dafür garantiert natürlich die Ex-Greenpeace-Tante, die dabei war. Und die hat dann natürlich auf der internationalen Pressekonferenz voll losgelegt über den Klimawandel, ist ja logisch. Und ganze sieben Reporter haben zugehört. Die saßen übrigens auch alle in diesen Zeitenwende-Woken-Regierungsflieger aus Deutschland und waren alles deutsche Journalisten. Sprich, die internationale Presse hat es nicht interessiert. Irgendwo in China muss ein Sack Reißung gefallen sein. Das schien gestern wohl wichtiger zu sein. Dann kommen wir ins Inland. Gestern Abend bei Maischberger ganz viele Menschen. Ein blondierter Thilo Jung und natürlich Annalena Baerbock zugeschaltet. Ich fange mal mit letzterer an. Die Dame ist ja wie so ein diplomatischer Elefant im Porzellanladen, überall wo sie hintrampelt. Scheppert es ganz gewaltig. Und dementsprechend hat gestern natürlich mal die Frau Maischberger auch mal tatsächlich kritisch nachgefragt. Was sie denn davon hält, hat die Chinesen jetzt die deutsche Botschafter einbestellt haben, weil sie ja, also dieser Elefant, den chinesischen Staatspräsidenten als Diktator bezeichnet. Ich bin dazu ganz diplomatisch. Die Antwort könnt ihr euch auch bei mir auf dem Telegram-Kanal anhören. Ich möchte das hier auf YouTube nicht kommentieren. Ich mag Elefanten eigentlich. Also diese Dickhäuter. Okay, dann hatten wir noch den blondierten Thilo Jung. Der blondierte Thilo Jung hat gestern mal wieder 1A. Super, absolut. Der Mann ist Weltklasse. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Wir brauchen Einwanderung. Und wir müssen alle aufnehmen. Ja, also nicht nur die Fachkräfte. Das ist das Einzige, was an diesem ganzen Vortrag von Thilo Jung stimmig ist und richtig ist, was er gesagt hat. Nämlich, dass wir doch die Fachkräfte den dritten Weltländern nicht wegnehmen sollten, weil die brauchen die ja selber. Der Haken an der Sache ist, was er danach gesagt hat. Nämlich, dass wir dann doch schließlich alle anderen nehmen können. Ja, alle. Thilo möchte natürlich alle haben. Ist doch klar. Das passt zu seiner blondierten Ideologie, liebe Leute. Und jetzt habe ich eine einzige Frage an euch, damit das Video doch nicht länger als vier Minuten wird. Gebe mir bitte eine schlüssige Erklärung darauf, warum wir ein Einwanderungsland sind, warum wir ein Einwanderungsland sein müssen und warum wir unbedingt in diesem kleinen Weltreich Deutschland, ja, diesem Klimaweltreich, woken Klimaweltreich Deutschland, so genau definiert, warum brauchen wir da 90 bis 100 Millionen Menschen? Warum ist es nicht möglich, in diesem wunderschönen Land hier und dieses wunderschöne Land hier vielleicht mal gesund zu schrumpfen? Und zwar vielleicht mal auf 40 Millionen Menschen, denn es gibt Länder auf dieser Welt, ich nehme jetzt mal einfach nur das Beispiel Norwegen, die sind erstens größer und zweitens haben die viel weniger Einwohner und drittens kriegen die das viel besser hin. Einfach nur mal die Frage in den Raum geschmissen, wäre es nicht mal Zeit für eine echte Zeitenwende?